Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Was war das? Ja, das war so schrecklich laut am Brummen. Ah, Mensch, Papa, wegen deinem Pups sind wir wach. Bobby, sch, 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 Mama ist ja da. Ich gehe jetzt duschen. Okay, Ella, mach das. Ich bin fertig. Wo ist denn jetzt mein Koffer? Keine Ahnung. Papa, keine Ahnung, ich kann hier nicht in Unterwäsche rumlaufen. Stimmt, wenn er hier nicht ist, fragen wir mal Mama. Hi Schatz, ist Ellas Koffer bei euch gelandet? Nee, vielleicht liegt er noch im Auto. Okay, melden uns, wenn wir den Koffer gefunden haben. Ich gehe mal nach dem Koffer im Auto schauen. Okay, Papa, hoffentlich findest du ihn. Bis gleich, tschüss. Hoffentlich finde ich den Koffer. Tatsächlich, er liegt noch im Auto. Da wird sich Ella freuen. Auto abschließen und zurück. Schatz, super, du hast den Koffer gefunden. Treffen wir uns in 20 Minuten vor dem Restaurant zum Frühstücken? Ja, können wir machen, bis in 20 Minuten. Hallo, ich bin wieder da, mit deinem Koffer, Ella. Danke, Papa, du bist der Beste. Kein Problem, Ella. Wir treffen uns in 20 Minuten mit Mama und den Kleinen vor dem Restaurant zum Frühstücken. Macht euch fertig, Mädels. Ja, machen wir, Papa. Los geht's, Mädels. Wir sind fertig. Jetzt du, Papa. Ich bin jetzt auch fertig. Können los. Halt, noch nicht. Erst noch den Zimmerschlüssel vom Bungalow mitnehmen. Stimmt. Danke, Luna. Hallo, Mama. Wir sind da. Super, dann können wir ja rein. Hm, ist das lecker. Ja, das ist echt lecker. Das stimmt. Das ist mega lecker. Ja, lecker. Ja, das stimmt, ihr Mäuse. Das stimmt. Das Beste ist, dass die Hähnchen zum Frühstück haben. Papa, also echt. Gesund zum Frühstück essen wäre besser, mein Schatz. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gut, dass Ellas Koffer schnell wieder aufgetaucht ist. Was esst ihr zum Frühstück? Ich meistens ein Brot mit Schokospeiseln und am Wochenende mit Nutella. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.